moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft dungeons ja wir sind in der letzten folge hier in gereist sozusagen hier reingelaufen und salama hat es in scheiben geschnitten den rufen wir das mal eben neu was wir hier alles zu haben und jetzt sind wir eigentlich längst kommen wir mal in der ecke jetzt noch so schön aber spinne mehr auch nicht hier gibt es den hebel das namenlose königreich ok da kamen wir hier sind ein paar emeralds das ist nicht angezündete fackel da ist noch was im hebel schon wieder feilen leer ich brauche mehr feiler und mein hühnchen ist hin jetzt sehe ich aus wie ein nadelkissen so hinterher ist er wieder rufen jetzt haben wir noch so ein beacon angemacht das ist eine kiste jetzt hier hier schnauze voll und wieder peile zum glück oha level freigeschaltet nice können wir zurückgehen auch hier müssen wir geradeaus gehen ein schweinchen bleibt man schön stehen hier du schatzschweinchen ein n äh Oh man Ressliches Vieh Oha Dynamit Ach was denn lol Naja War ja gar nicht mal so schlecht diesmal Aua Ach der grüne neune ey Äh 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 Oh die Viecher lösen das auch aus Da ist nix Ja ich glaub die Viecher krieg gleich neu rufen Ähm Ne hier ist nix Leider muss man ja hin in alle Ecken laufen Was kann ja sein Das Dann erst die Kiste getriggert wird Nix Tö 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 das zieht aber ganz gut ab muss ich erst mal warten dass ich hier genug dass wir einen Halt rufen kann geht doch da weg Oh, ich bin zu blöd gerade. Jetzt warten wir, dass wir noch mal sind. Ey, kann doch nicht so schwer sein. Gucken wir uns mal die Map an. Ich hoffe, wir müssen dann da links. Ich hoffe, die fallen dann gleich mal auf. Tja, kacke. Lass mal einen Schluck trinken. Nein. Oha. Lama del Quetscho. So. Oha. Oha. Komm, wir wollen unsere Glechtens unsere beiden Tierchen wiederholen. Ich habe auch das Gefühl, dass es nicht mehr lange bis zum Endboss dauert. Aua. Sag ich ja. 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 Geh doch da weg, Lama. Geh doch da weg, Lama. Na, das war jetzt nicht so schwer, wie ich dachte. Da ist noch Vorräte hier. Nö. Enderman. Geh doch da weg, Lama, 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 Lama. Ah. Oh, man muss doch da nicht überlaufen, haben wir doch gar nicht gesehen. Oha, aua, blödes Kackvieh, ist ja keine Pfeile mehr, durch hat das Schweigen auch keine dabei. Äh, wir gehen in die Richtung. Lauf doch weg, das macht er ja. Ja, Pfeile. Ja. 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 haben wir jetzt alles ich glaube so wie geht es denn beiden auch schon wieder tot so muss ich irgendwie öffnen oder den star ja ist klar dass wie soll das denn funktionieren immer lieber in die andere richtung erst mal vielleicht ist da noch irgendwas was mir hilft keine pfeile schon mal so auch feine keine emerald da können wir mal sterben da 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 das war knapp das war ganz knapp wo ist jetzt der stab von dem dummen beidl da 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 aber nichts mehr passieren oder keine pfeile mehr da oh ha weiter weiter wtr ohne fall ist man da ganz schön aufgeschnitten nein man Aus da, so den ersten Idioten haben wir weg. Oh, noch einen weg! Dann auch noch diesen Eislatzl dabei, ey! Noch so'n dumm Weidel! Jaaa, super! Schön gegen die Treppenstufe gegen Holzen! Geh gern Holzen! Alter, Alter! Boah, level geschafft! Der Staat des Neukromanten ist zerstört. Wieder konnten wir die Pläne des Erzillagers vereiteln. 100% Truhen, ob er immerhin. Okay. So, was haben wir denn hier? Nö, das ist aber nicht so meins. Nö, nö. Jetzt aufpassen, dass ich nicht wieder Sachen lösche. Da ich nicht löschen möchte. So. Ist alles soweit verzaubert. Ja komm, wir nehmen uns die Geschenke. Okay. So, aber... Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, eine schöne Woche. Ciao, ciao! Ciao, ciao!